Die zügellose Gier macht den Geist des Menschen zum Sklaven und lässt ihm keine Sekunde Ruhe. Denn ständig strebt er danach, möglichst täglich Bedingungen zu schaffen, durch die er in den Besitz der begehrten Sinnesobjekte gelangt. Die gezügelte Gier jedoch bricht die Ketten der Sklaverei, welche den Menschen an seine Lebensumstände schmieden, seien diese nun günstig oder ungünstig. Auf diese Weise erfahren Herz und Geist Frieden.